Was geht ab, Leute? Euer Frapses hier, heute mit einem neuen Video. Und zwar geht es heute in dem Video um die ganzen neuen Skins da draußen, die jetzt geleakt worden sind, beziehungsweise die, die wir jetzt hier in Zukunft erhalten werden, die nach und nach ins Spiel kommen und die wir uns natürlich auch anschauen werden. Ich würde aber sagen, bevor es damit überhaupt losgeht, lassen wir natürlich gerne mal einen Daumen, da wir jetzt nicht so ab und dann die Glocke zu aktivieren und tagt natürlich gerne meinen Support- und Creditor-Code ffpz-unschrift-y-t ein, um mich zu supporten. Checkt auch die Videobeschreibung ab, Freunde, für super günstige PCR-Karten, die dann von 2-3 Minuten geliefert werden. Schaut doch mal gerne vorbei. Jetzt switch wir mal direkt zum eigentlichen Bildschirm und legen los. Let's go. Hier seht ihr, Freunde, schon mal den allerersten Skin. Ganz kurz, bevor wir weitermachen, es wird hier auch noch mal ein paar Rückenaccessoires geben oder sonstige Sachen, die wir mit dem Weihnachtsevent erhalten werden, die dann auch dementsprechend höchstwahrscheinlich kostenlos sein werden. Also bleibt auf jeden Fall mal dran und wir checken das Ganze zusammen ab. So, Freunde, ihr seht dann im Hintergrund den allerersten Skin und zwar Dominion. Set the world on fire, also setze die Welt unter Feuer oder sonst was. Auf jeden Fall sieht der Skin jetzt nicht so krass aus, aber ich finde es auf jeden Fall entspannt. Gibt wohl einen Emote, der halt dann dieses Hologramm hier entstehen lässt oder sonst was. Kann auch sein, dass es irgendjemand ist, der ausgebrochen ist. Ihr seht selber, hier sind so Ketten und so weiter dran. Schaut auf jeden Fall unnormal böse und interessant aus. Er hat nicht nur zwei Hörner, sondern gefühlt sieben Millionen Stück, die hier halt aus seinem Kopf rausstechen. Schaut auf jeden Fall richtig interessant aus. Wird auf jeden Fall im Itemshop verfügbar sein. Dann, Freunde, haben wir hier ein Weihnachtsskin und zwar den Global Shaker. Make it Snow, auch im Itemshop bald verfügbar. Schaut übelst cool aus. Gefällt mir. Ist mal eine neue Art von Skin, ehrlich gesagt. Das Rückenaccessoire hat er auch hier in der Hand. Schaut richtig, richtig nice aus. Wird 1500 V-Bucks kosten. Freue ich mich auf jeden Fall extremst schon mal drauf. Eure Meinungen zu dem Skin würde mich extrem interessieren. Dann haben wir nochmal diesen Kollegen hier. Und zwar Death Dealer, Deep Six, The Competition. Keine Ahnung, soll auf jeden Fall so ein Special Agent Skin sein. Schaut auch echt cool aus für das, dass er auch blau ist und nicht so viel kostet. Finde ich es auf jeden Fall ganz cool. Ich freue mich auf den. Ich erwarte den auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage im Shop. Schaut übel cool aus. Kann man auf jeden Fall bestimmt mit den ein oder anderen Skins gut kombinieren. Passend dazu, Freunde, haben wir hier Briland Bomber. Show Your Shine. Hier wird es auf jeden Fall auch nochmal ein Paket geben, wo dann auch so ein Lama-Maske und so weiter, also ein Skin mit Lama-Maske und so zur Verfügung stehen wird. Los, Digga, muss los. Und das Ganze wird dann auch verfügbar sein. Da bin ich auf jeden Fall auch mal gehypt drauf. Schaut auch übelst cool aus. Die werde ich mir safe gönnen. Dann haben wir hier als nächstes Trends, The Spirit of the Forest. Irgendwie so ein Wild Skin. Es kommen so, also der Skin kommt nochmal mit einem anderen Skin zusammen in den Item Shop. Und zwar soll es da hauptsächlich um den Herbst gehen. Und er kontrolliert das Ganze irgendwie und hat damit irgendwie eine Bestimmung. Schaut cool aus. Dann haben wir hier noch ein Weihnachts-Skin und zwar diesen Teddybär. Finde ich gut, dass er nur blau ist. Das heißt, er wird nicht so viel kosten. Das Coole ist, Freunde, das hier. Und hier über den Ohren, das bewegt sich irgendwie in dem Game. Das zieht sich die ganze Zeit zusammen, springt so komisch rum. Schaut übel cool aus. Da freue ich mich auf jeden Fall enorm drauf. Dann, Freunde, haben wir nochmal Sklylix oder wie der heißt. Sklylix, keine Ahnung, aber übel cool. Soll eine Schlange darstellen, die halt dann hier ein Skin geworden ist. Richtig nice. Da freue ich mich auch extremst drauf. Dann haben wir Big Chunks. Sollten die ein oder anderen von den Memes auf jeden Fall kennen. Nur, dass das hier jetzt als Slurp-Monster gestalten wurde. Und ihr seht schon selber, echt cool. Er hat hier übel dicke, fette Muckis. Und es sieht auch echt nicht schlecht aus. Auf den Skin freue ich mich natürlich. Dann haben wir hier im Hintergrund auf jeden Fall Stingray. Ein richtig enorm geiler Skin, ehrlich gesagt. Da freue ich mich auch unnormal drauf. Und ihr seht selber, das ist so ein Special Agent Skin, der irgendwie hier so unter einem Netz ist. Und es sieht echt krass aus. Da muss man sich vor fürchten. Dann haben wir nochmal diesen Skin. Das ist wie gesagt von dem Forest-Typen da. Die andere Version, also die weibliche Version. Und wie gesagt, die werden beide zusammen als Paket reinkommen. Naja, gehen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Da haben wir mal Sorana. Ja, richtig cool. Ihr seht selber, hat mehrere verschiedene Versionen. Ich ehrlich gesagt, finde die eigentlich, die hier vorgestellt wird. Und die da hinten mit der weißen Hose, richtig cool. Wird legendärer Skin sein. Wird auch noch verfügbar sein mit Rückenhassower, Spitzhacke und so weiter und so fort. Da müssen wir uns dann natürlich überraschen lassen. Kurosumo Hura oder so. Und ihr seht selber, hat auch irgendwas mit Feuer zu tun. Ist irgendwie so ein alter Meister von irgendwas. Ihr seht, er hat hier einen riesenlangen Bart. Schaut echt cool aus. Und richtig Angst einflößen. Da freue ich mich auch drauf. Epic Games hat auf jeden Fall in letzter Zeit echt gute Skins rausgehauen, ehrlich gesagt. Dann haben wir nochmal die nette Dame hier im Hintergrund. Hush. Sieht auch echt cool aus. Aber ich kann euch leider nicht mehr zeigen. Also man sieht nur so viel. Aber das, was wir sehen, sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Die Markimeisterin hat eine zweite Version erhalten. Und zwar die schwarze Version. Auch richtig cool. Ist eine meiner Lieblingsskins. Und ich finde es auf jeden Fall cool, dass sie so ein Upgrade erhalten hat. Es gibt natürlich noch weitere Skins, aber ich konnte leider nicht alle raussuchen. Man muss halt dann immer natürlich ein bisschen drauf warten, bis das Ganze dann halt richtig geliegt wird. Aber nichtsdestotrotz, Freunde, komme ich jetzt mal zu den Waffenlackierungen. Ihr seht, hier haben wir Slurp am Start. Dann haben wir Falling Leaf. Das bewegt sich. Da fallen dann so Blätter runter. Dann haben wir Neon Venom. Bewegt sich auch hier ein bisschen. Übelst cool. Das schaut richtig, richtig nice aus. Silver Flame bewegt sich auch und schaut auch ganz cool aus. Und wir haben nochmal hier diese schwarze, keine Ahnung, schaut auch schlicht und entspannt aus. Bei den Skins, Freunde, haben wir natürlich noch ein paar Rückenaccessoires. Ihr könnt selber sehen, Hollowhorn ist hier am Start. Dann haben wir Fire Vortex. Dann haben wir hier Autumn's Mantel. Ehrlich gesagt, richtig cool hier mit diesen ganzen Blättern. Dann haben wir hier Juiny, Cold and Knuddy. Wir haben Spinal Blade. Das ist halt von diesem Schlangenskin. Wir haben nochmal das hier. Das habe ich euch gezeigt von diesem Einweihnachtsskin. Und nochmal diesen Rucksack. Richtig, richtig nice. Mehr kann ich euch leider nicht zeigen und nicht bieten. Es gibt leider noch nicht so viele Clips dazu. Aber das hier mit der Runde ist auf jeden Fall mein Top-Skin. Also den feiere ich unnormal von der Optik her. Und ja, da müsst ihr auf jeden Fall mal abchecken, abwarten, was daraus in der Wildnis noch so alles abgehen wird. Ich würde mich dann jetzt hier an der Stelle verabschieden. Ich wollte euch einfach nochmal ganz kurz die Skins zeigen, die wir jetzt bekommen werden. Ein paar von diesen Sachen werden auch natürlich kostenlos sein. Wie beispielsweise die Lackierungen. Da wird es auf jeden Fall noch so einige geben, die kostenlos sein werden. So, irgendwelche von denen. Wird es safe kostenlos geben, weil das Fortnite 14-Tage-Event kommt. Dann wird es nochmal so ein paar Lackierungen geben, die man irgendwie bekommen kann. Es wird Challenges geben für die Ladebildschirme, wenn die nicht schon bereits im Spiel sind. Das kann man hier erhalten im Ready-Develop-Modus und so weiter und so fort. Also kommen noch so einige coole Sachen auf uns zu. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie beispielsweise dieser Glide hier, der sieht unten nochmal heftig aus. Also sind echt coole Sachen am Start. Die Spitzhacken haben wir hier am Start. Das wird auf jeden Fall wahrscheinlich kostenlos sein. Polar Pole X. Dann haben wir nochmal Double Tap. Das ist hier von diesem Slurp-Monster. Echt, echt, echt geile Sachen, ehrlich gesagt, mit dabei. Hier haben wir nochmal ein paar Rücken-Accessoire. Also Epic Games hat sich da schon was richtig Nices ausgedacht und einfallen lassen. Da bin ich auf jeden Fall echt mega, mega, mega Hype drauf. Und hoffe natürlich, dass wir solche weiteren coolen Skins in Zukunft erhalten werden. Die Weihnachtskins sprechen mir auf jeden Fall echt zu. Mal schauen, was da noch auf jeden Fall reinkommt. Das sind ja nur die allerersten Weihnachtskins von vielen mehreren. Ich verabschiede mich dann jetzt somit hier an der Stelle. Wir hören uns auf jeden Fall in dem nächsten Video. Freunde, hau trinken wir mit dem Feuer, Frags und Tschau.